Von der Gewerbeschau erwarte ich mir einige Eindrücke, die halt Garten, Haus und auch sonstige Dinge betreffen und dass man halt so ein schönes Wetter nutzen kann und über so eine Gewerbeschau gehen kann und auch Leute treffen, dass man halt viele Eindrücke mitnimmt. Am besten, ja am besten, sage ich mal, was hat uns am besten gefallen, Maus? Auch nicht viel? Am besten sicher, gute Autorausstellung, das ist schon ganz interessant, da haben wir hauptsächlich nachgeguckt und sonst eigentlich nicht großartig. Alles gut ausgestattet, Siegel gut ausgebaut, alles schön. Musik 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 Es ist gutes Wetter, viele Leute und auch sehr gute Angebote von Ständen und so. Doch in der Gewerbeschau sind schon mehrere Stände, die ich nicht so kannte. Bis zum nächsten Mal.